15 Euro? 20! Hör ich, mehr als 20 Euro? Ja, 20 ist schon mal gut. Frechheit, sagt er hier. Frechheit, was er dreist? 20 Euro, bietet jemand mehr für Captain Jack Sparrow? Denkt an den ganzen Rumpen, er leitet seinen Arzen, das kostet. Er hat wohl einen Kompass. Und der funktioniert. Er kann nicht singen. War das richtig? Er möchte nicht selber sprechen. Hast du auch ein Glas voll Dreck? Auf seinem Schiffchen hat er ein Glas voll Dreck. Oder ist es ein Boot? Ein Schiff. Ein Schiff, seine Peck. Hör ich, mehr als 20 Euro? Warum seid ihr denn so ein Beat-Fuhr? Hör ich, 21 Euro. Hör ich, 21 Euro. Verdrückend. Das kann ich gar nicht sehen. Okay. Ich hab hier so ein Set gefunden. Ich glaub, die müssen wir noch ein bisschen gequatschen. Ich hab da... Ich könnte einen Segelturm anbieten auf meiner Black Pearl. Ich bin jede Fakul-Alkoholiker. Ich bin witzig. Nein, nur Heimtops. Der Rum ist anders gibt. Oder Whisky. Oder Whisky Rum. Ja. Okay, dann. Zum Ersten. Zählst du dein Geld? Hast du 20 Euro? Mal halt die mal hoch. Ich muss das jetzt mal prüfen. Zum Ersten. Zum Zweiten. Zum Dritten. Für 20 Euro. An den Steining von Unity. Mittlerweile besteht aus... Eins, zsrei, drei, vier,tı tracken. Sehr schön. Als nächstes setzen wir wieder einen Doppelpack. Was kommt denn jetzt hoch? Grad irgendwie stehen alle so viel auf. Es sind hier ein Doppelpack, und zwar Esch, Katze und Schie. Esch, Katze und Schie? Was steht denn hier? Asin? Asin Katze. Ich konnte es nicht lesen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay. Ja. Der Name ist falsch. Wie heißt er richtig? Asu Katze. Asu Katze und? Hallo. Ja, sie kann und Schie. Und was kannst du? Es geht um sie, okay. Hören ein Gebot. Das ist nur eine Begleitung. Da ist ein Startgebot. Was war das? 5 Euro. 1 Euro. 1 Euro. 2 Euro. 3. 5 Euro. 6 Euro direkt getoppt. 6 Euro. 8. 10. 10 Euro. Oh. Jetzt haben wir 2,10 Euro. Schlag euch. 15 Euro. Höre ich mehr? 15 Euro das aktuelle Gebot. Höre ich mehr? Ja. Puh. 15 Euro für ihn bei zu kommen. Hallo. Wisst ihr was sie kosten? Das ist ein PC. Wisst ihr wo man ihn einschaltet? Oder ausschaltet? Ja. Ich weiß es. 16 Euro. 16 Euro. Bieten. Einen PC für 16 Euro. Dann gehen wir nicht mal bei Ebay. Hallo. Dreh nicht mal schätzen. Dreh. Die hört sogar. Das strafen wir wo ein bisschen mit der Sprache. Aber das kriegen wir auch hin. Wir müssen natürlich helfen. Und auch nichts. Ich hab mal versucht ihr was beizubringen. Aber es klappt nur mit Schi. Bisher. Ne? Schi? Ja. Geht nicht anders. Leute, PC. Unter 20 Euro. Dann wird sie wieder arm nehmen. Weg. Unter 20 Euro. Sag mal was dazu. Ja. Hab ich mir irgendwie gedacht. Ja, ich krieg's mir wieder. So. Wer hat das aktuell im Boot? Ja. Ja. 16 Euro waren das. Bietet jemand 17 Euro? 18 Euro? Ich nehm auch gerne 20 Euro. 20 ist so ein schöner Betrag. Macht mich glücklich. Okay. 16 Euro zum ersten. 16 Euro zum zweiten. Letztes Chance. Verkauft. Ein Computer inklusive Vista. Das ist aber nicht so gut. Vista ist gut. Ja, wen haben wir denn als Nächstes? Oh, wenn der Name hier nicht aussprechen kann. Deswegen glaub ich. Deswegen möchte ich auf die Bühne bitten. Sui Se Se Ki. Du kannst es auch nicht aussprechen. Hab ich grad gehört. Wieso? Sui Se Se Ki. Und So Se Se Ki. Hör ich ein Gebot. Möchten unsere schönen Weltkristus was sagen? Ein Euro. Wir sind Puppen. Zwei Euro. Eigentlich ganz teilen Puppen. Drei Euro. Vier Euro. Vier Euro hier vorne. Sechs. Sechs. Na Kollege, heiz mal deine Leute an. Sieben Euro. Sieben Euro. Sieben Euro. Das muss acht sein. Acht Euro. Habe ich acht? Sieben Euro würde sein über Boden schon. Zu früh. Zehn Euro. Zwei Euro. Zehn Euro. Ja, hier gibt es jetzt hier vorne. Ja, hier gibt es jetzt hier vorne. Elf Euro. Elf Euro. Zwei Euro. Zwei Euro. Zwei Euro. Wieso kommt das denn jetzt? Ich weiß doch, keine Ahnung. Na, halte ich dir mit. 13. 13 Euro. So top, ja. 14. 14. 14. 15. 15 Euro meine Leute hier vorne. 16.99. 16.99… Ihr könnt sogar mein Gut aufziehen. Ich geb den sehr angern呼b. 18 540. 19 Sind das nicht? 20 Euro Hältst du mit? 22 Na, was macht ihr? Sie besprechen Möchtest vielleicht noch jemand anderes? 19 Ich glaube nicht Wir sind Puppe Wir sind ein Bahnen Und überhaupt nach der Zeit können wir kaputt gehen Also bitte schnell kurz Ich habe gesagt kaputt Ihr könnt uns mal ausziehen Habe ich das gerade richtig gehört? Nur sie 23 Euro Das hätte ich hier vorne gewohnt Hier wird abgewunken Ich denke das ist jetzt ein Schlag Na sicher Ich sehe es funkeln in seiner Musik hier hin Ich wette da ist noch mehr drin Habe ich recht? Ich schütt den Kopf 23 Euro Dann 23 zum Ersten Noch hat er die Chance Ich bin bereit Wir sind einmalig Uns gibt es hier noch einmal Aber ganz schnell Oh 23 zum Zweite Noch sind sie selbstsicher Ihr habt nur die Chance Letztes Mal